Wie zeigt man den jungen Menschen, was Sinn im Leben hat und wie schön das Leben ist und wie wenig es darauf ankommt, wie man nach außen dasteht und wie man sich in den Social Medien präsentiert, sondern das Erleben der Beziehungen, der Schönheit, der Natur, des Lernens, des Sich-Ausdrückens durch Tanz, durch Sport? Also aktives menschliches Leben und menschliche direkte Beziehungen.